Servus, grüezi und hallo! Hier bei uns live aus dem Studio hier in, äh, wo sind wir eigentlich hier? Wir sind hier im Studio. Ja, aber wo ist das Studio? Ja, das ist Shoki Banuki New Television Studio. Eine Milliarde Menschen interessiert es nicht, aber zwei wollen wissen, wo dieses Studio ist. Ja gut, dann müssen Sie die Frage nochmal hier formulieren in die Kommentare und dann geben wir die Antwort. Und die Leute, die die richtige Frage stellen, können nichts gewinnen. Respekt und Anerkennung. Heute wieder erkennt man an den doofen Sprüchen Pujan im Studio und ich bin ne Sashi. Und wir haben heute, wie der Pujan sagt, 24. Juli. Juli. Und heute haben wir auch ein Geburtstagskind. Yeah, Bang Rang, J-Lo. J-U-Lo, verstehst du? Ach, vergiss es nicht. 24. Juli, Jennifer Lopez hat Geburtstag. Die mit dem dicksten, größten und sexiesten und berühmtesten Hintern. Wann ist die denn sexy? Nein, aber der wird ja als solches tituliert. Ja, das ist ein Krise. Ich glaube, die hat sich den Hintern wirklich auch versichern lassen. Ja, bestimmt. Kann ja sein. Ich weiß nur, es gab mal so eine Szene, wo ihre Assistentin ihr die Brustwarzen so angehärtet hat, so mit, mit irgendeinem So mit Eis. Damit die, damit das Video irgendwie sexy wird. Regie, Regie, können wir das mal bitte sehen? Nein, nee. Einkommensstattung, schade. Am 24. Was ist jetzt los? J-Lo hat eigentlich angefangen mit Musik. Sängerang. Jenny from the Block. Sängerang. Sängerang, das war 2002. Tänzerin und danach Schauspielerin. Also die hat auch, glaube ich, als Backgroundsängerin angefangen. Und 1969 in the Bronx ist sie auf die Welt gekommen. In the Bronx von New York? Nein, in the Bronx von hier. Karl, du weißt es auch nicht. Echt? Aber mich verwundert nicht dieses in the Bronx, sondern eher das 1969. Die ist älter als wir. zusammengenommen. Naja, geht so. Also von mir alles und von dir so ein bisschen zusammen. Ja, ja, genau. Genau. Was ist noch passiert? Ja, am 25., am 24. Juli. Das wäre deiner Zeit voraus, ne? Ja, ist 1938 die Eiger-Nordwand das erste Mal bezwungen worden. Und hier auf der... Bezwungen? Und zwar von Sprayern. Könnt ihr das sehen? Die haben hier einfach irgendwas da drauf gesprayt. Da sogar Zahlen. 33, 27, was soll das bedeuten? Sind das Außerirdische, die uns eine Nachricht schichten? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Katastrophe. Aber am 24. Juli war ja auch noch was anderes. Der Hund geht vor die Welten. Am 24. Juli ist der Tag der Freude. Und ich freue mich, das sagen zu dürfen. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Freude. Und zwar, Tag der Freude, seit 1900, wer weiß es, jemand aus der Klasse? Nein. 8-1. Also 1981. Ah, 1981, okay. Guck mal hier, wie sie alle springen, wie sie sich freuen. Ja, freuen sie sich, genau. Am 24. Juli 1952 ist auch der Film 12 Uhr mittags, also im Original heißt er High Noon, angelaufen in den USA. War das nicht der Film mit Gary Cooper und Grace Kelly? Respekt und Anerkennung, ich weiß nicht, ob Grace Kelly, aber Gary Cooper. Grace Kelly, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da mitgespielt hat. Grace Kelly? Grace Kelly. Also wenn ihr das wisst. Ein Zuckerschnütchen. Und weißt du, woher ich das weiß? Das ist ja auch die von Monaco und Piparo, also die Mutter von Monaco-Swanze, die leider gestorben ist beim Autounfall. Grace Kelly. Super Perle, damals. Da hat sie, Monarkese hat sie einfach, hier der Fürst, hat sie direkt, zack, hat gesagt, du heißt nicht mehr Grace Kelly, du heißt jetzt Fürst in Grazia oder Grazia? Grazia. Wie der Spanier sagt, Grazia. Ja, sagt er ja immer. Und jetzt verrate ich dir, woher ich das weiß. Aus dem Internet. Es steht hier. Gary Cooper, Grace Kelly. Ach, du bist eine Feinfeier. Dankeschön. Genau, Grace Kelly in 12 Uhr mittags. Trotzdem leckeres Schnitzscher. Schnitzscher. Das war wieder Daily, deine tagesloses Angeberwissen. Heute mit Pujan und mit Sashi. Morgen geht's weiter mit Daily, da werden viele ganz, 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 ganz viel Angeberwissen wiederhören. Echt, wie viel? Ganz, 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 ganz viel. Kannst du das bezeichnen? Halt, richtig. Und schalt da wieder rein. Ich freu mich drauf. Cheerio mit Sophie. Bye, bye. Bye, bye.